Guten Tag, mein Name ist Ottwin Feller. Ich bin seit Juli ordentliches Personalratsmitglied und ich möchte euch heute über unsere heutige Personalratssitzung berichten. Ein Thema dieser Sitzung heute war die neue Dienstplanregelung für den Pflegedienst intensiv und allgemeinstationen im medizinischen Zentrum. Diese Dienstplanregelung ruft bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einigen Unmut hervor. Auch nach den Teambesprechungen ist die Stimmung nach wie vor schlecht. Das liegt zum einen an den mehr zu leistenden Überstunden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten müssen und zum anderen an der verschlechterten Dienstplanverlässlichkeit sowie an der planbaren Freizeitgestaltung der Mitarbeiter. Auch wurden von den Mitarbeitern Unmutsäußerungen kundgetan, wie sie sich dieser Dienstplanregelung entziehen können. Es geäußert wurde unter anderem eine Arbeitszeitreduzierung oder eine Umsetzung. Ebenfalls wurden auch Kündigungsabsichten geäußert. Der Personalrat nimmt sich diesen Sachen an und hält euch weiter auf dem Laufenden. Das war es erstmal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.